Warum war es denn für dich so ein wichtiges Projekt? Na, mich hat das Thema interessiert. Also, ich habe schon immer so einen gewissen Bezug zu Chile gehabt. Meine Eltern waren Ende der 70er da auch sehr engagiert. Wir hatten Exil-Chilenen bei uns zu Hause. Sie haben zum Teil bei uns gewohnt, eine Familie. Das heißt, als kleiner Junge habe ich viel mit Chilenen zu tun gehabt. Natürlich zu früh, um die Dimension dessen zu kapieren, was da los war in dem Land. Aber das Interesse an dem Land hat sich gehalten. Und der Bezug, familiär und auch sprachlich. Und dann habe ich irgendwann über diese Kolonial Dignidad erfahren. Das ist ein wirklich düsterstes Kapitel in der jüngeren chilenischen, aber auch deutschen Geschichte. Und war erstaunt darüber, wie wenig Leute eigentlich darüber Bescheid wissen, auch hierzulande. Und insofern war ich gleich angefixt, als Florian dann mit dem Drehbuch ankam. Das haben wir schon festgestellt. Wir sehen uns alle paar Monate, weil du wieder tollen Mitspielern rausbringst. Wie siehst du denn jetzt gerade den Lauf, den du hast? Das geht ja schon eigentlich sehr lange so, dass das richtig toll läuft. Ja, aber auch mal so mit Abstrichen. Für sich persönlich, man selber sieht das ja immer anders. Also ich bin schon wahnsinnig glücklich darüber, wie die Möglichkeiten, die einem geboten werden. Aber es bleibt natürlich immer schwierig, tolle Geschichten zu finden. Also das Kino erlebt schon harte Zeiten. Und es ist auch schwer, mit einem bestimmten Kino Leute noch zu erreichen. Also der Kampf bleibt bestehen und deshalb finde ich es wichtig, dass man auch das deutsche und das europäische Kino auch verteidigt und da weiter aktiv ist. Aber einfach ist es nicht immer. Das mag dann so wirken, aber es bleibt schon auch steinig und schwer. Aber ich könnte mir nichts anderes vorstellen. Und ich bin sehr froh, um die Chancen, die mir geboten werden und das Privileg, mit tollen Kollegen international auch arbeiten zu dürfen. Und deshalb macht es auch Spaß, weiter daran zu arbeiten und bessere Filme zu machen und weiter noch zu lernen.